Heya! Ihr Sterbsknoppen! Ich bin der Diebster und ich heiße willkommen zu einer neuen Runde 4Guys Ultimate Knockout, wo wir heute mal wieder uns wieder angezogen haben, immer als Geisterpirat unterwegs sind, nachdem wir geteart worden sind in Flecken. Oh geil, was war das denn? Ja, einmal runterfallen tun wir auch, weil wir das cool finden. Uh, nie kann ich es machen. Haben die so geklappt, hm? Erleben wir einen Checkpoint erreicht hier. Okay, wir sind dabei. Okay, jetzt geht die große Auffiljagd los. Was denn? Okay, dann haben wir jetzt schnell übersprungen. Okay. Super, wir sind in einem neuen Feld, rein und durch. Aber ich denke mal, wenn wir keinen Fehler machen, kommen wir noch durch. Wir machen mit viel aber Macht, das ist natürlich jetzt bitter. Ja! Wir nehmen den. Mal vielleicht direkt hoch. Darf mal direkt hier lang zu kommen. Ja, ja, ja. Sieht gut aus jetzt. Wir sind jetzt hier hoch. Okay, wir kommen noch ins Ziel. War immer nicht zu erwarten, hm? Ja, wir sind noch dabei. Das ist gut so. Nach Vollguy, Pirat. Vollguy hat sich durchgesetzt. Einziger hier, ne? Einziger Pirat. Ja, los geht's weiter mit dem Rollfeld. Das Rollfeld wartet. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Mal sehen, ne? So. Okay. Okay. So. Okay. Jetzt sind noch alle Runder dabei, da hinten wird das ganze Pimmel, aufpassen. Das macht kein Schleiß hier. Okay, das geht ganz schnell, ich kann mal ganz schnell abrutschen. Okay, wir sind auch weiter gekommen. Na, wir sind weiterhin dabei. Na Pirat, hält sich wacker. Warte, jetzt wird eine Runde. Warte, jetzt wird abschweifen. Oh, Jemine. Ah, wir lassen ja nicht mal ein Spiel überhörlich. Aber wir sollen zweifeln. Ah, wir brauchen... Oh? Wir haben kreis? Ha, ich habe mich gesehen. Nein. Nein, ich habe noch gesehen. Nein. Also. Oh. Okay. Oh nein, nein. Scheiße. Ah. 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 Oh. Oh. Ich brauche einen. Oh. Oh. Oh, oh. 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 Wir sind mal leider ausgeschieden in der dritten Runde, mal wieder. Okay, wir machen 18 Punkte, dann haben wir eine Krone erhalten dafür. Und ja, ich würde sagen, weiter geht's. Los geht's, direkt mit dem Rollfeld. Wir machen nämlich die Schleimwettkämpfe, also die Special Show innerhalb des Spiels. Machen wir auch mal so einen Wechsel. Deswegen machen wir mal drei normale und drei diese Spezialdinger. So, dann sind wir voll heute. So. Okay. Weg da, weg, 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 weg. Weg da, weg, 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 weg. Okay. Helf ist ausgeschieden. Da gibt's auch einen Igel mittlerweile. So. Okay, noch 5 Minuten raus. Okay, einer noch. Ja, wir sind dabei. Wir haben es geschafft, weiter zu kommen. Okay. 39 bleibt übrig. Ja, weiter jetzt mit dem Schleimkraxler. Oh, jemine. Der Schleimkraxler wartet nach uns. Der ist immer mein... Der ist nicht so einfach für mich. Ich kriege meistens echt die Hucke voll. Vielleicht in dem normalen Weg. Der ist eh schon rappelvoll. So. Okay. Meine Pfeiber holt. Da war die ab, da war die ab. Ah nein, komm wieder nicht hoch. Da ist ja nie mehr drin. Ach, scheiße, ey. Ah, nein! Nein! Darf ich nicht. Ja, darf ich das nicht. Nein. Oh Gott. Komm schon. Komm schon. Nein, lass mich, lass mich, lass mich. Nein! Oh nein, das war's. Ja, haben wir leider ausgeschieden. Da sind wir eigentlich nicht in Pop rangekommen. Das war eigentlich für uns noch ganz blöde. Leider ist das so. Da bin ich gleich wieder ausgeschieden in der zweiten Runde. Wie immer. So, nächste Sonja. Mit Ritter Parkour geht das los. Immerhin. Wir haben ja noch von den neuen Spielen bisher nur zwei gesehen. Ich hoffe, wir kriegen mal an, um mehr zu Gesicht. Aber wer weiß das schon. So, was geht's? Ach, in Ernst. Hab auch mal nicht da runtergeschubst. Was ist das für ein Mist? Ach, das ist doch ein Besteuertier. Ja, das klappt auch wieder nicht. Eindlich. Jetzt einmal, jetzt kommen wir durch, ne? Ach, diese Mann macht diesen Mist mit mir. Ja, ich fahre halt immer noch nicht runter. Was ist denn das hier? Komm ich mal hier durch, ja? Endlich. Nein. Ah, nein. Ah, ich bin durchgekommen. Autsch. Die sind noch dabei. Die sind noch dabei. So. Okay. Ja, wir haben es irgendwie noch geschafft, durchzukommen. Sah nicht immer so aus, muss man sagen. Aber wir sind noch dabei. Zweite Runde schaffen wir immerhin. Ob wir weiterkommen, entscheidet sich jetzt. Ja, ob wir weiterkommen, entscheidet sich jetzt. In einem Teamspiel. Horta. Ja, ihr wisst ja meine Erfahrungen damit. Meistens habe ich euch verloren. Ja, mal gucken. Wir sind wie die immer wie blau. Mal gucken. Wir sind lezack diesmal. Kann ja nur gut gehen. Okay. Genau, alle zu uns. Alles gut. Oh, daneben. Es ist ja auch besser, weil ich immer auch kein Glück. Halbonsenskonto. Ääh. Jetzt müssen wir nicht alle hier, ist gut so. Nein. Ich weiß nicht, was du gekommen. Niemand ist immer weitergekommen, wie hättest du das gesagt, in der dritte Runde. Ja, wir machen jetzt den Sprungclub. Mal sehen, ob wir das schaffen, weiterzukommen mit dem Sprungclub hier. Mal gucken. Das Finalspiel ist eigentlich vieler als das hier. Okay, was ist das denn hier für ein Mist hier? Okay. Alles gut. Alles gut, sag ich. Okay, wir werden schneller. Oh, da bin ich ein bisschen mehr schlafen. Man sieht das halt nicht mehr so einfach. Zwei fehlen noch. Er muss aber alles dabei haben, um so ein Ding zu gewinnen. Wir sind dabei. Nächste Runde erreicht. Wir machen jetzt ein neues Spiel. Unsere Eier Bock macht. Hol dir mit RT Eier. Bewahre sie im Nest seines Teams und die im Dunkel zu zählen. Aha, ist ähnlich wie diese Eiergerange. Wo muss ich sie denn hinbringen? Achso, ich läufe fest hier. Alles klar. Alles klar. Okay. 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 Oh, no. Oh. Hey. Okay, jetzt haben wir so eine Kontrolle her, wir müssen mal bei dem mal rein hier zu gucken, was hier so los ist. Wir haben die Filone, wir haben die Filone, wir haben den. Ich habe es geschafft! Wir sind im Finale mit der Bergspitze. Das letzte Mal habe ich das ja grandios vergeigt. Diesmal versuchen wir es ein bisschen besser, wenn wir überhaupt so etwas kommen vorausgesetzt. Das war eigentlich die große Chance mal zu gewinnen. Und dann habe ich das so vergeigt, dass ich einfach den falschen Weg genommen habe. So, okay, das geht's! So. Okay. Okay. So, ich bin noch dabei. So, wir sind noch dabei. Ah, komm schon. Nein! Außenrum! Nein! Klapp! wir haben sie geschürft leider aber immer ganz da vorne dabei hätten wir wieder diesen stecker gekriegt wäre besser gewesen hat die sollen sein aber final immerhin besser als nix ok und ja ich würde sagen wir machen weiter mit der nächsten runde mit dem rollfeld beginnt sie beginnt es wieder beim widerstand wettkampf machen immer ein bisschen umgezogen haben und diese neue das noch freigestellt haben habe ich angezogen da muss ein anderes outfit für nehmen damit er zu sehen ist wir sind jetzt ein einhorn mit flügeln da fliegen wir auch mal zum blicks auch mal zum sieg fliegen werden würde sich das herausstellen vielleicht auch nicht ich weiß es nicht keine ahnung wir versuchen unseren fleck wir tanzen so 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 Ja, da haben wir auf die zweite Runde gekommen. Ich meine etwas. Ja, warte jetzt mit dem perfekten Paar. Oh je, ne, nicht mein Lieblingsspiel, weil da kommt es auf Konzentration an, beziehungsweise nicht alles merken, das kann ich ja nicht. So, wir haben da Bananen und Dingens, diese beiden gibt es, Bananen, Bananen und hier, also Bananen und das, nur die beiden wissen, das ist wichtig. Bananen rechts und die anderen links, Bananen. Okay, Melonen, Bananen und Kirschen und Orangen sind auch, Orangen, Melonen, Kirschen, Bananen, Bananen und da. Trauben und das, Trauben und das, Trauben, Melonen, Kirchen, Trauben, Bananen, Orangen. Da habe ich die letzte Runde reingekriegt, oh Gott, das ist ja fast schief gegangen. Im letzten Moment, im letzten Moment habe ich es geschafft, noch von der Klippe zu springen. Aber jetzt, nächste Runde. Ja, wir machen wieder den Schleimkacksel. Oh je, ne? Sag ich mal, wir haben noch nicht mal eine Errungenschaft gemacht, von wegen Sieg. Weil wir auch schon mal hier am 1. war und dann, dass wir geguckt haben. Also ich bin echt ein Talent dafür, Sieg wegzuwerfen. Soll ich mal sagen, ob es ein Rennes ist oder ein komplettes... Jetzt wird ich verarschen. Wurde weggedrängt, das... Ja, hat nie sollen sein, wir sind am Anfang direkt rausgeschrieben. Das war echt doof für uns. Ja, aber so ist das, ne? Leider haben wir am Ende angekommen von unserer Reise her, in dieser Show. Ja, leider nur Runde 3 erreicht. Wie so häufig, leider kommen wir eigentlich überhaupt nicht voran in dem Spiel. Das ist wirklich grausam. Aber ich würde sagen, naja, weiter geht's. So, der letzte Knockout. Heute beginnen wir mit dem Ritter Parcours. Da haben wir am ersten Mal gescheitert und dann haben wir neben Saman geschöpft. Und am ersten Mal haben sie mal gescheitert, irgendwie. Aber es geht ja ganz schnell hier, da haben wir nochmal gescheitert an dem. So. Und was geht's? Einhorn... Tell me. Also, let's go. So. Das haben wir mal einen Mut durch hier. Ja, da kommt auch ein Mut durch. Das auch. Das war ja sehr gut hier. Ja. Ja. Na, da war ich zu übermütig. Aber wieso ist es schnell unterwegs? Nein! Ich habe eben noch geliebt mit dem ersten Platz, ne? Aber jetzt... Ich freue mich nicht, ob ich komme. Ach, was ist das denn? Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin noch dabei. Wieder an unseren Rücken hier. Angekommen. Sind noch durchgekommen. Also, zweite Runde. Ist noch nicht vorbei, die letzte Folge hier. Hat noch ein paar Minuten. Vielleicht wird auch nicht. Wer weiß das schon. Ja, wir spielen schon wieder den Horter. Zum zweiten Mal. Ja, wir laufen ein bisschen ähnlich ab wie die Partie, die wir ins Finale gekommen sind. Die Leute waren auch ruhig hier, ne? Der Horter. Mal gucken, ob das gleiche Omen ist. Ich habe jetzt Regenbogenfarben. Wie geil, ey. Genau, da hin. So, da muss ich hin. Nein. Wir haben nur einen bei uns. Wir haben gar keinen einzigen mehr. Was ist das für uns? Einen. Immer noch einen. Wir haben den Game alle. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Wir haben gar keinen sinken. Wir haben einen rausgebracht. Okay. Wir haben einen rausgebracht. Nein. Nein, 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 nein. Ach, nein. Ach, nein. Wir sind ausgeschieden. Ach, wir sind rausgeausgeschieden, leider. Zweite Runde, ey. Das ist ein Pech, ey. Was soll man machen? So ist das Spiel nun mal. Wir sind raus. Kann man nicht ändern. Ja, Leerausleitung. Sagt nur zweite Runde, leider. 3,50 Punkte, nur. Fast Level 5, aber... Ja, alles ausbaufähig, würde ich sagen. Nehmen wir eine ganze Nebillionz bei Fallbacken, gar als immer häufiger spielen. Ähm, ja. Das war's. Trotzdem mit dieser Folge hier. Ich hoffe, ihr habt wieder Spaß daran. Denkt wie meine Kommentare unten an die Bewertungen und auch an die Glocke, damit ihr wisst, wann und wie es weitergeht. Denkt daran, wenn ihr folgen könnt auf Twitter oder Facebook. Ihr könnt beitreten dem Discord-Server zum Quatschen-Kennenlernen, Spaß haben, mit Spiel mitmachen, mit Geschirrten. Leute, ich wollte in der Videobeschreibung und ich sag danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.